Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar muss ich mir noch merken, was Peter, Petra, Heugelbecher und Adrian für Obst, Obst sage ich schon, Gemüse haben. Also, frage ich sie nochmal. Wie schön, Rögelbecher rät es. Das würde knifflig werden. Das müssen wir uns auch mehrmals anhören. Wie schön, Rögelbecher. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Ja. Nochmal. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. So. Das kann ja jetzt lustig werden. Okay. Okay. Also, Peter mag Blaubeeren, hat eine Rot-Grün-Schwäche, ne? Adrian mag keine Blaubeeren, hat eine Rot-Gelb-Spräche. Also, rote Blaubeeren? Was sagte man dazu? Rote Blaubeeren? Gerne. Droggelbecher will Bananen, aber kein Brokkoli, ne? Aber Peter möchte keine Banane. Peter möchte keine Banane, Droggelbecher möchte Banane. Dann machen wir die Banane, grün. Grüne Banane. Was sagte man dazu? Grüne Bananen. Weil beide haben eine Grün-Schwäche. Also, bleibt Brokkoli wie es ist. Also, können wir mal ausprobieren. Okay, dann bleibt jetzt die Tomaten. Petra mag keine Tomaten. Dann mach mal gelbe Tomaten aus. Das sind Tomaten, ne? Was sagte man dazu? Gelbe Tomaten. So, und jetzt... Das da. Gelbe Bananen, rote Tomaten. Brüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Rote Blaubeeren. Brüne Bananen. Gelbe Tomaten. Können wir Brokkoli blau machen? Das funktioniert doch nicht so gut. Blaue Blaubeeren. Und wenn ich... Gelbe Blaubeeren mache... Was sagt Gelbe? Gelbe? Die Wäschmann. Das ist schon knifflig. Grüne Bananen. Gelbe Blaubeeren. Gelbe Blaubeeren. Gelbe Blaubeeren. Was ist, wenn wir sie grün machen, die Tomaten? Dann jetzt nur noch Broggelbecher. Eher gesagt, der Brokkoli muss... Oder die Bananen müssen einfach blau gemacht werden. Ich tue mal was, nein. Rote Bananen. Ich versuch's mal. Wasserrohr. Grüne Bananen. Grün-lau-gelb. Rote Bananen. Jeder ist glücklich und zufrieden. Wunderbar. Ich musste nicht das nehmen, was Farbschwäche beide haben, sondern nur auf eine Farbschwäche mich konzentrieren. Das ist knifflig, aber es hat funktioniert. Danke an diesen wunderschönen Word-Dokument, das ich mir da erstellt habe. Ah, die Pizza. Wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll. Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren. Würde dir das noch essen wollen? Drogelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Drogelbecher. Wohlgesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen riesen Spaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogelbecher. Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hoth-Moth-Higur. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleitersichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleitersichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauch keinen. Na dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwehrtabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch. Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Autsch. Hey. Du kannst doch nicht. Wo war ich? Ach ja. Ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosa-roten Fluss gestraut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Fort Potigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nichts zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrula. Der edle Sir Droglott. Und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln ihre Kräste für den Kampf? Nur die Amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Ja. Das bist du. Nur die Amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller uns. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was machst du? Hallo Lillegrim. Willst du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Ja. Dann schau her. Und schon amüsiert. Wow. Äh. Angriff. Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen, anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Kobolder. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich... Ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung gelastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten, wenn du einen besseren Vorschlag hast. 55 Kugeln! Schon klar. Du willst den Trick mit den 55 Kugeln sehen. Ich muss dich enttäuschen. Der Wanderer findet das zu hektisch. Und offenbar geht es in diesem Spiel darum, dahergelaufenen Kuttenträgern obskure Wünsche zu erfüllen. Zumindest hält sich das Spiel an die Romanvorlage. Drei Kugeln? Vielleicht würde ich mir weniger dämlich vorkommen, wenn ich es eine Zeit lang mal mit drei Kugeln probiere. Andererseits, ich bin ein Clown namens Schnippo. Und ich habe ein Faible für lächerliche Hüte. Wahrscheinlich gehört es zur Rolle, dass ich mich dämlich fühle. Eine Kugel bleiben. Tja, das passt ins Bild. Offenbar bin ich dazu verdammt, mich bis in alle Ewigkeit zum Nahen zu machen. Es ist wie in der Realität, nur mit den passenden Klamotten. Oder wie wäre es mit keiner Kugel? Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Oh nein! Aber danke für die Kugel! Genau! Okay... Würfel mal auf Angriff mit stumpfen Waffen. Mit Bonus plus 5, weil sich Schnippo nicht wehren kann. W-was? Kräfer! Und jetzt den Schaden! Und jetzt den Schaden! Oha! Rüstungsklasse... Kräfer zu uns! Ja! Räta ist verkrüppelt! Äh? Stell dir vor, du wirst von ewigen Höllenqualen gepeinigt! Das kriege ich hin! Oh! Ich hab Schnippo gekrüppelt! Äh... Petrula? Petrula saß am Feuer und beobachtete den Tegel. Beschreib dich doch mal kurz selbst! Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig! Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern! Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus, aber hübsch! Danke, Petra! Das reicht wohl! Äh... Erschreck dich doch nicht so! Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache! Ähm... Die Kobolde verhalten sich ruhig! Zu ruhig vielleicht! Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was ähnliches passiert! Aber das war ein Unfall! Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt! Was machst du mit dem Kessel? Ähm... Wenn du dich fragst, was ich hier treibe... Ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank! Na ja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee! Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören! Aber davon kann man so schlecht schlafen! Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht! Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt! Der Wanderer hat so empfindliche Ohren! Schlafen! Gähn hier doch bitte nicht so rum! Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen! Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Ja! Aha! Oh, prima! Dann kann ich endlich schlafen! Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... ...die Schlacht! Die Kugel beginnt in meiner Nähe magisch zu leuchten! Oh! Nein, tut sie nicht! Wird sie brennend heiß? Nein! Wäre aber auch gut! Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung! Drogelbecher! Ein Mitrilharnisch? Wirklich? Drogelbecher! Ja gut! In seinem Mitrilharnisch! Hallo Lille Grimm! Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen! Wir können reden! Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht! Jetzt schau mal nicht so grimmig! Ein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat Recht! In der Ruhe liegt die Kraft! Lille Grimm hätte den tapferen Sir Drogelot am liebsten angebrüllt! Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklam gereist, um zu schlafen! Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren! Und wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab! Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte! Hatte sie da ein Schmunzel unter der Kapuze gesehen? Angriff! Ahm! Ähm! Ich weiß ja ... was du sagen willst! Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute nacht! Die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sein. Das wolltest du doch sagen, oder? Ah, der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Keine Angst, die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr hören. Sie bewachen ihren Staudam in der Klampe. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben, den rosa-roten Fluss zu staunen und dadurch das Tal der unbequeme Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder der Schlafhändler mit einem magischen Amulem. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen. Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Ähm, Drogelbecher? Nein. Nicht mit der Rüstungsklasse. Nein, danke, Lille Grimm. Wir halten die ruhig. Na nun, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgebrochen werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lille Grimm konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lille Grimm dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden geprüft. Denk an meine Worte. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Du kannst auch noch morgen hier aufrollen. Leg dich ruhig hin. Für heute hast du genug getan. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkamen. Aus welchem Sosburg stammt die denn? WB Musi. Das Lagerfeuer prasselte atmosphärisch. Wo ist denn nur... Ade? Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuerprasseln gebrannt. Ich muss sie im Feuer gelassen haben. Stellt euch das Prasseln einfach vor. Prassel, prassel, prassel. Du versuchst die Kugel über dem Feuer zu rösten. Das dauert eine Weile. Peter ist dran. Was? Aber Schnippo schläft doch schon längst. Ach ja. Die Kugel zu rösten hat nichts gebracht. Reich dir mal drei Staminapunkte weg. Was? Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf Ansehen. Klöter, 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 klöter. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Gut. Die Kugel steckte. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Vielleicht. Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? So, Drogeler? Drogeler? Im Charakter, bitte. Drogeler? Noch nicht, Lille Grimm. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Sei bitte sparsam, das Feuer. Leg dich ruhig, Paz. Und hier keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach. Bis das letzte Holz verbrannt ist. Und hier kann ich bl- wach. 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 Echt. Ich musste einfach nur dreimal angehen. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Es hat. Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenhabende bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierende Bedachbehandlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Pessel zu nehmen, bevor ein Publik passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Kesselbeck.